Schweizerdeutsch ist eine sehr lustige Sprache und du sprachst genau nichts. Unterschreibe ich. Ich kann euch nicht hören. Ihr müsst mal euer Mikrofon anstellen, könnt ihr mich hören. Jetzt höre ich euch. Ah, jetzt höre ich euch. Jetzt haben wir auch unser Mikro ein. Und, bist du immer noch mit deiner Freundin zusammen? Na klar, alle Leute fragen immer, bist du noch mit ihr zusammen? Ja, kann ja sein. Ja, heutzutage, ne? Weiß man das nicht. Heutzutage wechseln sie ihre Freunde in die Unterwäsche. Sie hat sich so gefeiert, dich zu sehen. Richtig geil. Vor allem deine Videos. Sie so, oh mein Gott, da bin ich sehen. Ja, das ist total geil, das ist unsere Nachtdiktur. Zum Schlafen gehen. Eigentlich muss ich schon zwei Stunden am Pennen sein, dann suchten wir die Videos immer noch. Sind deine Haare von Natur aus so lang oder sind es Extensions? Und wie lange hast du gebraucht, dass sie so lang werden? Weil meine Haare, die sind immer nur so 9mm und länger werden die nicht. Die fallen dann einfach aus. Weißt du, warum ich einen Cap trage? Ich habe eine Glatze. Willst du meine Glatze mal sehen? Guck dir hier an. Meine Glatze. Siehst du? Vollkommen Haarausfall. Sieht es aus, als wenn du richtig dicke Beine hättest. So, ein Bein ist genauso dick wie dein Oberkörper. Das sieht sehr unvorteilhaft aus. So ist besser. So ist deutlich besser. Bleibt bitte so. Ohne Witz, ne? Hast du es gerade gesehen? Ich bin Deutscher, ja. Ich rede Deutsch. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich Deutscher bin. Ein bisschen anders als eine andere Nationalität vielleicht. Ach so. Äh, nee. Ich bin komplett Deutsch. Komplett. 100 Prozent. Man merkt's. Und ihr kommt aus der Schweiz, ne? Schöner Akzent. Ja. In der Tat. Das ist ein sehr schöner Akzent. Du disst euch gerade selber, ne? Das ist so. Immer verstehe ich euch. Immer verstehe ich euch. So die meisten Schweizer, die reden Deutsch. Das ist eigentlich... Das versteht keine Sau. So die... Ihr habt... Ihr habt Wörter. Ihr habt Wörter, die gibt's gar nicht... Ihr habt Wörter, die gibt's gar nicht im Wörterbuch. Gar nicht. Schweizerdeutsch ist ein sehr lustiger Sprach. Und du verstehst genau nichts. Und da schreibe ich. Du siehst aus wie irgend so ein... Nichts, Alter. Ich weiß nicht, Charakter aus irgendeinem Fable oder so. Keine Ahnung, aus irgendeinem komischen Adventure-Game. So die... Alter, Alter. Die wirst du in den Augenbrauen? Die sind so voll spitz hier an der Seite. Du siehst aus wie so ein Nachtelf oder so. Keine Ahnung. Ich hab bloß keine Ahnung, wie ein Nachtelf aussieht. Ach komm, hör auf. Hör auf mit den Fotos. Soll ich euch ne Pose machen oder was? Nein, nein, ist schon okay. Alles klar. Was machen wir? Facebook posten. Und was ich mache? Chatred. Ja, ist doch klar. Ist doch offensichtlich. Bisschen aufnehmen. Eben gerade. War ein Mädchen da gewesen. Echt hübsch. Sie hat mich gefragt, wie alt ich sie schätze. Ich hab gesagt, sie sieht aus wie 16. Und sie war 18. Und es gibt mich dann einfach so. Weil ich halt falsch lag. Die Leute hier, die sind echt ein bisschen komisch. Ich hab gerade von einem Typen gehört, dass er sich einen Löffel in den Puller reingesteckt hat. Hier, Alter. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nur gehört. Aber das ist doch nicht möglich, Alter. Wie willst du es denn da reinstecken? Star Ima Bolan. Was sollen wir das jetzt genau sagen? So, ich kann nicht immer noch nicht hören, aber schöner Oberlippenbart. Hast du deine ersten Charmehaare ins Gesicht geklebt, ne? Sieht super aus. Sieht richtig männlich aus dadurch. Problem ist, dass dein T-Shirt ein bisschen eng ist. Und dich das wieder so ein bisschen schwul wirken lässt. Deine komischen Zuckungen da, die bringen auch nix. Hast du Tourette oder was? Tut mir leid. Das war echt gemein. Warum ist der Mann nackt und die Frau nicht? Kann man das irgendwie ein bisschen so tauschen? Gehen. Auf jeden Fall. Sieht aus wie ein Dreieck. Nacktes Dreieck. Nee, es ist schönes Deutsch, ne? Okay, wenn es aus deinem Mund kommt, ist es schönes Deutsch, ja. Kennst du Asi-Tefa, der Familie in Brennpunkten? Na klar, gucke ich jeden Tag. Ja, ich habe das Deutsch von dort. Alter, was laberst du? Alter, was laberst du, Junge? Ich weiß nicht, was ihr für Drogen konsumiert habt, aber die bekommen euch echt nicht gut. Keine Koffer, keine. Nee, wir sind keine Kiffer, ne? Kiffer, nee. Keine Kiffer. Ihr spritzt euch die ganzen Sachen, ne? Ich werde auch nie. Nein, wir konsumieren keine Drogen. Das ist sehr gut. Das ist sehr vorbildhaft, ne? Bist ein großes Vorbild für alle jungen Leute. Sag mal, wie alt bist du überhaupt? Was schätzt du denn? 19. Nicht ganz. 21. 21, ja, richtig. Wie alt seid ihr denn? Was schätzt du bei mir? 16. Fuck you. Fuck you. No. I'm 18. Muss man gleich so reagieren? Ist das euer Ernst? Habt ihr da echt so ein ganzes Pult? Schusch, das sieht richtig gut aus. Ihr seid zwar immer die Freaks, aber das sieht richtig krass aus. Was hat das alles gekostet? Alles selber gekostet. Und als nächstes holt ihr euch bestimmt ein richtiges Flugzeug, ne? Da fliegt ihr echt so ein dicke Boeing 787 da durch die Gegend. Echt krass. Airbus. Airbus A380. Alles klar. Ja, na klar. Man muss ja klein anfangen. Man muss ja immer klein anfangen und sich steigern, ne? Und danach kommen die Kampfjets. Wart das mit mir? Reloaddiag? Wer ist denn Reloaddiag? Kenn ich nicht. Pass auf. Dein Kopf sieht aus wie dieser Kreis. Hallo. Hallo. Was ist denn du da? Was ich hier tue? Ich bewundere gerade dein Multitasking-Talent. So. Ja, super. Das ist echt bemerkenswert. Guck mal, ich kann nicht mal irgendwie mit jemandem reden und gleichzeitig irgendwie was telefonieren oder sowas. Das geht gar nicht. Ich kann mich immer nur auf eine Sache konzentrieren. Weiß ich nicht. Das einzige, was ich kann, ist zum Beispiel, ich kann auf Klo sitzen, kacken und gleichzeitig Candy Crush spielen. Das sind zwei Sachen, die ich gleichzeitig kann. Das ist gut. Aber da hört es auch schon auf. Das ist super, ja? Ich habe gerade einen Freund am Telefon und der sucht gerade meine Freunde hier. Na, na, sag ihm gleich, das wird nichts. Bei Chatroulette gibt es nur Pedos. Da gibt es nur Leute, die sind so ekelhaft. Also da gibt es keine schöne Freundin. Moinsen, dicke, fette Uhr von Papi gesponsert oder was? Nein, das ist Friedruder. Sieht fresh aus. Ich habe keine Uhr, kriege mir die leisten. Ja, die ist auch nicht so teuer gewesen. Okay. Okay, mehr Schein als sein, ne? Jo, und das war es auch schon mit der heutigen Folge von ShareTourlette. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar. Würde mich beides mega heftig freuen. Außerdem könnt ihr heute mal die Links abchecken, vor allem von meinem Sponsor. Mal gucken, ob es irgendwie neue coole Sachen gibt mit dem Code reloadie. Hier kriegt ihr da 15% auf alles. Ihr könnt mir auf Twitter folgen, auf Facebook und auf Instagram. Die drei Plattformen werden von mir regelmäßig betrieben. Da poste ich Bilder, wenn ich mal nicht zu Hause bin. Dann könnt ihr auch mal sehen, was ich immer so mache am Tag. Das ist vielleicht ganz interessant und dann könnt ihr auch mit mir schreiben. Das war es von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.